Pschio Leute, was geht? Der Patrick kommt zum nächsten Video auf diesem Kanal und ihr werdet heute zwei Interesse sehen. Und zwar heute wird Jan Rick geprankt von Jan Rick, den Allerechten, mit einem Dönerwettessen. Deswegen werdet ihr zwei Interesse sehen. Jan weiß gar nicht, dass ich das hier gerade aufnehme. Weil wir gehen jetzt Jan von seiner Schule abholen. Dann holen wir zwei Döner. Wir machen Wettessen. Dann geht's um 200 Euro. Dann muss ich noch einen kurz zum Kiosk und holt diesen Hotchup, dieser richtig scharf ist. Wir haben den ja auch einmal gegessen. Leute, der ist brutal schlimm. Dann macht den in seinen Döner irgendwie rein. Das muss ich noch gucken, ob ich das hinkriege. Also wenn ihr das Video seht, habe ich es wahrscheinlich bekommen. Und wir gehen jetzt mal schon von der Schule abholen. So Leute, ich bin dran an Jan Schule. Der kommt irgendwie nicht. Keine Ahnung, ob der Junge schwänzt oder was weiß ich. Der meint zumindest um 15 Uhr aus. Ich höre mir jetzt kurz nach 15 Uhr. Der ist nicht rausgekommen. Ruft den mal an. So Leute, der ist irgendwie am Hauptbahnhof. Keine Ahnung, was der da macht. Wir gehen jetzt einmal von da abholen. Dann gehen wir gleich zusammen die Döner holen. Wir sehen uns. So Leute, Jan ist auf Toilette. Ich hoffe, man hört mich. Weil unsere Döner holen. Mäin. Es war auch so mal ein, deswegen. Mäin. Ich habe meinen S conen kann. Ich habe meinen Türen hier auch schenke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020